Ja, das ist Photoshop-Philipp, er hat's nicht so mit Menschen, aber er hat Photoshop wie kein zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bildwahrungstopp, wer die unterm dafür sorgt, dass das Neo Magazin nicht aussieht wie Zirkus Halligalli. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop, ja das ist Photoshop-Philipp. Photoshop-Philipp, meine Damen und Herren! Schön, dass er heute hier ist. Ja, das war Photoshop-Philipp, er steht nicht gern im Mittelpunkt, aber er kann mit dem Stempel tun. Photoshop-Wahre wundervoll bringen. Adobe Photoshop ist eine sehr teure Bildwahrungssoftware, die Hauptsache dafür verantwortlich ist, er denkt, er ist ein toller Grafiker. Man sagt, er habe eine gekränkte Version von Photoshop, ja das war Photoshop-Philipp. Keep on rocking, Philipp!